Hallo, ich bin der Christoph Neuhold. Ich spiele beim Mosa Medical Games am linken Rückraum und bin 21 Jahre alt. Playstation Ein gutes Mittagessen und sich fokussieren auf das Match. Das Halbfinale, das ist schon das Ziel und dann schauen wir, was passiert. Mit Niko Billig vielleicht, der trinkt nichts. Spaghetti Bolognese Bei der Europameisterschaft in Linz und auch in Bregenz der sechste Platz. Meistens in der Sporthalle oder so ab und zu einmal beim Fortgehen in der Stadt. Danke an das Publikum von Bregenz, das immer so zahlreich erscheint und ich hoffe, dass er weiterhin in die Halle kommt und uns so toll unterstützt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020